Detektiv Sebastian Castellanos muss und will und soll zu einem Krankenwagen und ich soll es irgendwie schaffen ihn dahin zu steuern ohne gefressen zu werden was mir mehr schlecht als recht gelingt da ist einer so ein Typ im Anzug der läuft mal vor und mal zurück den kann ich mit dem Schleichangriff erwischen auch da hinten ist wie viele seid ihr denn Typ im Anzug gehst du mal ja du kommst jetzt hier vor wenn du auf dem Rückweg bist kann ich habe das weiße Auto rundherum schleichen und dich erlegen denke ich das ist der Plan ja gehst du jetzt zurück ich möchte daran glauben dass du jetzt zurück gehst okay für dich hat's noch gereicht weg Sebastian du bist in der blöden mach ich hab auf das C gehämmert wie ein kranker ja Gesundheit war gestern Sebastian leg dich hin gib mir deine Patronen die du natürlich nicht hast ich muss doch Munition sparen ja das hast du verdient so das waren jetzt alle die ich bisher gesehen habe aber da hinten ist bestimmt noch einer trotzdem hier die Streichhölzer und nochmal mit wachem Blick hier durchlaufen ich habe bestimmt was übersehen und ich brauche alles bis auf Streichhölzer bitte hier schreien wenn ich etwas vorbeilaufe hier 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 was ist das hier hier war doch irgendwas ach da ist eine leere Flasche unter dem Auto oh Mann oh Zombie Alarm wo bist du hier hinten muss ich mich noch umschauen hier war ich noch nicht plündernderweise der Zombie ist bestimmt hinter mir irgendwo ah ah da hinten ist so ein Schweinehund ich habe eine genau eine Snipergewehrpatrone scheiße reicht nicht scheiße wahrscheinlich sieht mich dieser Sniper und wenn der mich einmal trifft dann gute Nacht aber ich habe keine Snipergewehrpatrone mehr und ich habe auch keine gefunden hier liegen Streichhölzer wer braucht denn Streichhölzer wahrscheinlich soll ich die alle im Nahkampf erlegen und dann anzünden das funktioniert prächtig ich werde gerade gesehen ich weiß ja zeig nur auf mich alle Kuh ja komm hau mich halt um tschüss Sebastian ich weiß nicht wie ich die Stelle meistern soll keine Ahnung so da bin ich wieder nicht im zweiten Versuch sondern ungefähr im zehnten weil die Stelle hier dieser Parcours der ist unglaublich schwierig ich habe noch keine wirkliche Idee wie ich den schaffen soll weil die Zombies sind einfach zu dumm oder zu schlau immer eins von beidem achso ja ne mal hier vorne habe ich eine ganz gute Idee da kommt Lady nämlich angetapst mit Verstärkung und sobald sie da vorne ist da was hinschmeißen dann rennt sie da nämlich dagegen hey wird weg manchmal kommt der zweite auch noch mit aber leider war der diesmal zu weit weg aber wenn der alleine ist dann kriege ich den auch mit dem Schleichangriff das ist jetzt nicht so schlimm lad mal durch deine wenigen Patronen die du hast der dreht sich gleich um dann laufen, 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 laufen so also hier kann man mit einer Patrone zwei ausschalten entweder so wie gerade gezeigt oder falls sie glücklicherweise beide zu dieser Tonne rennen wo auch immer die überhaupt war aber dann hier Scale dann gehen die Probleme los 300 Munition eigentlich bräuchte ich zwei Flaschen habe ich noch eine hier irgendwo eine Flasche um sie in die Nähe dieser Bewegungsbombe zu schmeißen weil er so eine Fettbacke mit Dynamitstangen rum patrouilliert und eine zweite Flasche um dann die da drauf zu schmeißen während er davor steht ich weiß nicht ob ihn das killt aber ein Versuch ist es wert weiter habe ich nicht genug Flaschen hier ich habe da vorne noch eine und hier jetzt keine mehr oder? ach doch hier ist noch eine zweite so ich lege den mir mal zurecht so also da vorne ist irgend so ein dicker oder? ja da ist einer irgendwo da man kann ihn ein bisschen sehen sobald der mal wieder nach vorne tapst was hoffentlich langsam mal passiert da ist noch einer so das sieht vielleicht jemand okay so geht's auch hat aber drei Schuss gebraucht ich habe nicht dran gedacht dass diese Zombie-Fettbirnen sich natürlich vor die Bombe stellen und ich dann mit der Flasche die Bombe nicht mehr treffe drei Schuss für zwei Zombies naja das ist schon irgendwie zu viel vier sind weg da hinten sind die nächsten ich weiß nicht ob es da noch einen Explosionsfass gibt ich könnte natürlich jetzt hier nochmal eins hintreten wenn mir das gelingt also das ist ja so eine schöne Engstelle eigentlich da an dem weißen Auto da wo die Bombe war das ist weit und breit der einzige Weg den man hier gehen kann das hieße doch dass ich jetzt hier das Fass doch doch Millimeter für Millimeter ist das schwierig das ist deutlich schwieriger als es aussieht dahin dann komme ich hier noch vorbei dann tretet das Fass natürlich wieder ungünstigerweise woanders hin so jetzt könnte ich mich sehen lassen weil der da hat nur eine Wumme ey Arsch hey aber in Sticks konnte man pfeifen kann man hier nicht okay da hat er mich gesehen jetzt weg so ein Schuss ein Zombie und ich habe noch ein zweites Fass das kann ich wieder dahin befördern und den nächsten Zombie auf die gleiche Art hinlocken das geht vor allen Dingen gut bei den Zombies die keine Dynamitstangen in der Hand haben die die Dynamitstangen in der Hand haben bleiben nämlich stehen und werfen die nach mir und dann muss ich ausweichen und dann klappt die ganze Show sicher nicht und das klappt jetzt gerade überhaupt nicht mehr oder doch doch ein kleines bisschen noch das ist echt na toll das kriege ich nicht davor richtig oder kann ich unter dem Ding drunter langschleichen und dann ist irgendwie ne kann ich natürlich nicht ich kann es auch nicht treten super gemacht ganz klasse ach nimm es halt in die Hand dieses scheiß Ding ja das kann ich vergessen das liegt viel zu ungünstig ja okay ich brauche einen Alternativplan hier hinten wäre eine Tonne die steht aber sehr ungünstig vielleicht hier irgendwie die Lady sieht mich aber gar nicht was eigentlich gut ist oh jetzt jetzt hat mich jemand gesehen wer denn der Scharfschütze oder irgendein Zombie der mir folgt wahrscheinlich der Scharfschütze wo ist denn der überhaupt Lady sieh mich sieh mich an hallo Lady hier bin ich okay ich glaube sie hat mich gesehen okay ein Schuss ein Zombie nehmen ach das war das GL 300 ja so 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 weit war ich ungefähr bei meinem ersten Versuch und irgendwo hat doch da so ein Sniper gehockt wo ist denn der jetzt da hinten steht da ob ich diesmal ein Merkel habe ja ich habe ihn mit einem einzigen Schuss zerlegt das war gut weil ich keinen mehr habe und da ist so ein Fetti ist der ist der alleine bestimmt nicht da ist eine Lady mit Wumme oh ich werde gesehen von wem denn weiß ich nicht geh mal weg okay die verlieren meine Spur das ist gut sie ist das ich versuche sie mal hinter zu locken so weit wie möglich hier hinten habe ich ja genug Platz und versuche sie mal irgendwie abzuhängen hier sie ist hinter dem Auto bleibt da stehen läuft zurück ja okay die kriege ich auch Patronen nee gar nichts dabei dass die die auf mich schießen dass ich denen keine Patronen abnehmen kann das ist irgendwie unkomisch im Sinne von unlustig so da ist noch mindestens einer glaube ich und ich möchte bitte nichts übersehen in Autos ist nichts da bin ich mir ziemlich sicher aber hier in diesen Winkeln ach hier guck 300 Gel aber das ist mir egal ich brauche Patronen die Spritze ist auch gut so bis hierhin war ich quasi noch nie hier liegt Munition danke Schwein gehabt sechs Schuss da ist noch einer geh mal an das Fass das reicht nicht oder schau mich an ey siehst du mich nicht der ist zu weit weg voll Idiot aber wenn der alleine ist geht ein Schleichangriff theoretisch wo läufst du überhaupt lang lauf zum Fass oder nach hinten oder mach irgendwas soll ich es jetzt wagen ja okay erlegt so hier umgucken nach irgendwelchen Kram da liegt Gel gern genommen 300 der Krankenwagen ist gar nicht mehr so weit weg hier erst noch mal Gel 300 das hier ist eine Sackgasse oder ja oh 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 ich höre im Moment keinen Zombie mehr ich habe kein Auge muss ich etwa über dieses Auto krabbeln dann gibt es vielleicht den nächsten Kontrollpunkt also eigentlich müsstest du hier dich unten drunter verstecken können und dann auf der anderen Seite wieder raus können aber das geht nicht ich soll hier über dieses Auto schleichen wobei ich natürlich auf dem Präsentierteller stehe Kontrollpunkt nee ich komme hier gar nicht mehr zurück das ist mies da hinten liegt Gel warum denn das ist das da ein Fass das ist ein Fass da steht jemand direkt dran aber ich kann nicht auf das Fass schießen oder das ist ein Fass aber wie soll ich darauf schießen aus der Entfernung ja das geht aus der Entfernung da hat es einen zerlegt wie komme ich hier rüber geht das ja hier liegt Gel das ist vielleicht von dem von dem Sniper weil ich nicht da hochkomme ist ein Gel hier unten entstanden das kann sein 200 300 und 300 ich suche übrigens immer noch ein Kartenfragment und ich habe keine Ahnung wo es ist hier ist es das war eine Spritze Kartenfragment Nummer 24 gut okay das war das einzige was es hier zu sammeln gab und ich hatte Hoffnung dass ich hier einen ersten Hilfe Koffer finde aber ohne das Spiel Bloodbag Blutstillender Verband Blutblock ein Blutgerinnungsmittel für den Notfall um Wunden behandeln zu können der Verband enthält Medikamente und lässt sich problemlos anlegen Kontrollpunkt jetzt sind neue Zombies da jede Wette wie komme ich überhaupt zurück ich kann doch nicht über das Auto klettern wahrscheinlich kommt gleich ein Zombie angetobt und schiebt fünf Lastwagen quer durch die Gegend oder muss ich hier balancieren ne ne das ist eine unsichtbare Wand ja das war ein bisschen wenig hier drin das war auch wirklich alles ja hier komme ich nicht raus da vorn drin ist nichts okay dann ist hier an dem Kontrollpunkt mal Schluss mit dieser Folge die war wieder lang und weiter geht's dann im nächsten Teil bis dahin